Am 1.10.2024 um 22.43 Uhr wurde die Polizei zum Restaurant Bonn alarmiert, da ein Mann eine Frau schlug, die anschließend den Mann mit einem Messer bedrohte. Die Polizei stellte beide Personen und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Im Einsatz waren vier Funkstreifen Kraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das immer noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.